Ah, gut. Ach genau, hinten war ja noch was. Das war jetzt schlecht. Na gut, aber wir kommen an die Pilzchen dran. Mist, der Turtle will bestimmt wieder rausklettern, so wie sich das anhört. Nun, soll er ruhig machen, schafft er eh nicht. Rein da! Meine Fresse! So. Bäh! Bäh! Mach auf! Okay, an der Kirsche liegt es also auch nicht. Ach, ich verstehe es einfach nicht. Ich will mal Start drücken, ey. So, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie das Level hier aussah. Ach genau. Hä? Ach jo. Jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ich weiß ganz genau, wer es ist. Ich nehme ihn mal mit. Also es ist cool, dass der Vogel nicht stirbt dadurch. Ist ja auch logisch. Weil der merkt ja das ja gar nicht mit der Vibration vom Boden. Ähm. There's a power of rock. Ei, 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 ei. Eine Münze. Besser als gar nichts. Und ne Shell. Perfekt. Ähm. Dann gehen wir jetzt mal in hier die Tür. Der fällt nicht runter. Ich denke über die Fallen da runter, ey. Gucken, was wir hier haben. Ach. Komm mit. So. Ah, die roten fallen runter. Was? Ne. Da komme ich nicht hin. Na gut. Nein! Oh nein, da war ein Herzchen. Kann ich das nochmal kriegen? Nein, das ist weg. Schade. Ach, scheiße, ey. Ah, muss ich echt hier rein? Nee, ich hab doch gar keine Leben mehr. Oder kann ich hier farmen? Oder kann ich hier farmen? Wenigstens ein paar Herzchen farmen, ey. Weil das überlebe ich sonst eh nicht, wenn ich wieder hier runter muss. Ein Herzchen. Fuck. Ei, 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 ei. Schöpulke. Waaah. Waaah. Boah. Das ist nicht dein fucking Ernst. Diese fucking rutscherische... Rutscherische... Ja, genau. Achso, wenn jetzt so viel Gegner ist, geht nicht. Dann sind sie wieder weg. Ich muss... Herzchen farmen. Tut mir leid. Anders schaffe ich das nicht. Einmal noch... bin ich zufrieden. Ach, Gott. Okay. Ich mach das genauso wie eben. Wird sie mich eigentlich verarschen? Oh, Mann. Jetzt spring doch mal da hoch, du dumme Fotze. Es reicht eigentlich nur, wenn ich nach links laufe. Aber ich weiß nicht, ob... Ob ich das schaffe. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Es könnte auch sein, dass es funktioniert, wenn ich klein bin. Es könnte auch sein, dass es funktioniert, wenn ich klein bin. Kann ich den Schlüssel schmeißen? Meine Fresse, ey. Dude. Hier kannst du am Kunden vergessen. Kannst du mal aufhören, diese dumme Tür-Klingel zu benutzen. Ich hasse unsere Klingel. Nee. Oh Gott. Boah, war das wieder knapp. Boah. Ja, gewiss. Oh Mann, ist das so nervig. Natürlich muss ich jetzt hier den ganzen Weg hoch, weil er den fucking Schlüssel nicht gespeichert hat. Mann. Das ist so eine crappy Steuerung, ne? Das habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Oh, fuck. Ah. Bitte lass das keinen schwierigen Endboss sein, ey. Oh, was ist das denn für eine glückkacke? Mann. Oh, das ist so dum-dum-dum-dum-dum-dum. Oh, dieses Rumgerutsche, ne? Geh' ich hier rein? Ah, jetzt weiß ich, wo ich... Dich nehme ich mit. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Binninninninnn. Binninninnnn. Was?! Kann ich hoch? Okay. Okay. Tschüss. Meine Fresse, ey. Jetzt muss ich wieder bei 3.1 anfangen. Das ist echt ätzend, ey. 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 Das ist ätzend, ey. Das ist ätzend, ey. Das ist ätzend, ey. Das ist ätzend, ey.